es geht weiter mit mario kart 7 im letzten bad haben wir ja die grand prix abgeschlossen zwar nicht mit allen drei sternen aber abgeschlossen und ja heute spielen wir die ballonschlacht denn auch hier in der ballonschlacht gibt es neue strecken die ich euch gerne zeigen will gibt es ein kart welches wir noch nicht gefahren sind ja dieses und ich fahre es am besten so so cpu stelle ich auch schwer arena auswahl items panzer bananen pilze popoms alle teams aus ja aber es gibt halt nur sechs strecken ich dachte eigentlich acht aber nein sechs und wir fangen zuerst mit den retro strecken an und zwar gba kampfkurs 1 los geht's kooper wir müssen uns ballons holen von den gegnern da an es gibt ja hier keine vorschau eigentlich dachte ich dachte es muss es muss hier eine vorschau geben aber nein wow 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 vorsicht da mal so ah lakito mit demselben card yes metal mario vorsicht vorsicht von diesen monties so ein ballon nur leck mich amarsch ah hätte ich doch joshi getroffen so luigi du bist mein nächstes ziel es wäre cool wenn ich einen pilz kriegen würde habe ich es doch gewusst und joshi du wolltest du musst es mein pilz ziel sein aber leider nein gib mir einen pilz oh shit ja genau von meinem eigenen bob omb klar doch wieso ich einen pilz will denn man kann mit einem pilz ein ballon luftballon klauen nicht so normal weg nehmen sondern klauen so das hier ist das dreckigste item im battle modus west welches es gibt und ja cpu auf schwer und ich verkacke obwohl weit vielleicht schnapp ich mir gleich lakito yes sogar zwei oha daisy come on noch einmal ah schade joshi ist als erster ins ziel nicht ins ziel sondern als meister der hat die meisten ballons ok nächster kampf kurs sns sns n64 riesen donut 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 egal so hier wird es ein bisschen schwieriger damit sein aber ich glaube wir schaffen es schon wieso what the hell aufpassen so shy guy oder daisy leckwischer marsch ich folge jetzt dir yes nein ich könnte einen pilz gebrauchen oh hallöchen mein freund die 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 schien ja schmeiß eine rotes schmeißt doch schmeißt sie doch wenn du willst denn du schaffst es trotzdem nicht mich zu treffen vorsicht tot tot hat eine red shell und er ist wie ein blöder runtergefallen he he shy guy ha soll luigi ok fährt er vielleicht auf meine banane nein vorsichtig mit red shells sollte man aufpassen außer man hat selbst eine nein nein scheiße beeil dich leck mich am marsch mit deinem tanuki schwanz scheiße schon wieder gehe ich als zweiter wegen wegen meiner dummheit fünf punkte ja mal sehen was das nächste rennen für uns birgt die es palmenblatt ich weiß zwar nicht was es mit einem blatt zu tun hat aber egal so lakito hau ab ich will jetzt ein paar assis töten wie dich zum beispiel so dich so ich platziere die banane direkt am item so gibt es hier ein paar opfer betrug der hat mich nicht getroffen josh wo ist dieser arsch josh da war er scheiße ja genau mit so einer platzierung werde ich verarscht und kriege nur scheiße items ich hab mir glatt hier einen stern verdient ja verdammt nochmal leckt mich am arsch doch wenn ihr wollt ja genau ja leckt mich mit deiner roten so ja genau daisy ich muss jetzt nur ins ziel gehen obwohl ich könnte noch ein ballon ah nee zum glück bin ich diesmal erster obwohl wir sind mit daisy gleich auf aber yoshi yoshi nimmt mir immer noch meinen ersten platz ja ich hab nie mario kart 7 mit cpu schwierigkeit schwer gespielt battle modus ok jetzt kommen die drei neuen stecken und die erste ist die honig hallen hier hätte die honig bienenkönigin gepasst tut 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 jei so ah so shy guy yeah ah nein 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 shy guy nein metal mario yes ja genau obwohl ich sollte meine schlau halte denn ich habe das auch oftmals getan so es wird es ist an der zeit jemanden zu rahmen wollte ich sagen nein oh gott fake ah wieso das das war eigentlich betrug ich habe ihn direkt getroffen die wahrscheinlichkeit dass ich aber jetzt sterbe ist sehr hoch außer ich kriege ein bilz vielleicht sollte ich auch mich verstecken nein what the hell hätte er seinen schwanz aktiviert dann wäre es passiert so immer ein schutzitem dabei haben ja leck mich am arsch ich werde toto joshi noch ausschalten immer in der letzten runde zeit verdammt noch mal immer aber wir sind immer noch zweiter ah nee oh gott das sind ja nur vier strecken wir spielen dann noch eine runde jetzt ich habe bock auf noch eine runde aber ich habe kein bock auf teams weil jeder weiß wie teams ausschauen so so items items bleiben alle so die letzten zwei neuen strecken kommen dran diese strecke mag ich nicht ich weiß nicht wieso aber ich mag sie nicht so aber man hat hier frei viel bewegungs platz und das ist sehr sehr gut ja genau so aber man rutscht auch ein bisschen nein nein ich kriege halt keine items keine guten items red shell kann man auch als zweitplatzierter kriegen und ich bin jetzt fünfter wo ist das wo ist mein nächstes opfer ein pinguin so so du scheiß kleppner da wollte ich zu viel dass ich ein stern als zweitplatzierter bekomme kommen wir schaffen noch ein yes in letzter sekunde noch den sechsten ballon raus gehauen und wir liegen gleich auf mit daisy yes aber dass ich als zweitplatzierter einen stern kriege das ist schon merkwürdig und jetzt kommt meine lieblings strecke aus den schlacht strecken und zwar wuhu stadt die gab's ja auch in mario kart 8 und mario kart 8 deluxe nur hier bei nacht oder in mario kart 8 bei tag jay hau ab und hier gab es noch einen weg wo da ja genau unter so vielen spielern werde ich natürlich ich getroffen wer noch so daisy du bist mein ernst feind also ratchel go yes so immer schön auf den touch screen achten schwarze ballons schwarze ballons sind mein ernst feind ich muss sie nur jetzt finden ok du bist mein ernst feind jetzt hahaha oh ja genau so wir schalten jetzt mal mario aus oder wir versuchen es ihn auszuschalten aber wir müssen mit seiner banane aufpassen denn wenn er sie falsch schlägt dann sind wir tot ok nicht tot aber fast tot ok hallö schen mein nächstes opfer ich muss daisy ausschalten da ist sie come on ah im letzte sekunde aber es hat nicht gezählt scheiße puh shit 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 aber es hat nicht gezählt aber im grunde gesagt haben wir sie ausgeschaltet so ich habe jetzt bock wieder auf den sns kampfkurs weil das die strecke ist an der man sich frei bewegen kann so und ja man kann hier gut mit bande spielen hahaha da bist du meine kleine haha haha da da sie du wirst von mir ausgeschaltet und dann werde ich von hier einem asi gehütet tralalalalala lalalalala ja ihr seht ich bin ein bisschen verrückt yes ich könnte ein Stern gebrauchen oder ein Pilz Rachel auch nicht schlecht äh da da du lalalalalalala lalalalalalala lalalalala what the hell das war aber perfekt getimed so aber ich bin immer noch erstplatzierter ich will mal dann jemanden einen Ballon klauen und dieser jemand könnte der Mario sein Daisy hat schon wieder die gleiche Zahl Ballons ich muss sie ausschalten noch 30 Sekunden wo ist die alte yes so nein oh Gott es ist jetzt jetzt ist es nur von niemandem angegriffen zu werden von niemandem ausgeschaltet zu werden und yes erster erster mit sieben Ballons aber Stacy guckst du jetzt in die Röhre yay 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 okay und die letzte strecke ich lasse den zufall entscheiden ich mache meine augen zu und drücke jetzt a und es ist der riesen donut so hier noch holen wir uns die eins da und wir werden auch Daisy ausschalten ist der klar wait wir werden aber jetzt noch jemanden ausschalten und zwar genau der ist wie wie elegant ist er ausgewischen what the hell hallöchen freundchen oder hahaha yes 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 oh oh jetzt ist sie hinter mir ja ich könnte einen pilz gebrauchen den ich leider nicht kriege Yoshi ist deaf jetzt ist die hauptsache jemanden gut zu rahmen Scheigai ha jetzt habe ich drei ok aber ich könnte jetzt nur zwei ballons haben nur einen aber ok ich halte meine schnauze letzte runde und ich kann man kann man kann in der letzten runde sowas von weg gehietet werden dass man es nicht glauben wird am besten spiele ich jetzt noch verstecken aber das wird nicht so gut klappen und schon wieder lauten wir mit vier ballons auf dem ersten platz jay 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 gefällt mir ja und für diesen bad war es ich hoffe er hat euch gefallen wenn ja dann lasst einen daumen da ein abo und im nächsten bad werden wir die münzenschlacht spielen also bis dann und genau ciao ciao Untertitelung. BR 2018